Ein Event, der immer für euch schwang. Für die Fans. Für die Fans. Für die Fans. Und jetzt? Ohne Fans? Ohne euch? Das passt doch irgendwie nicht, oder? For the 15 months, you were not able to be here. Über 15 Monate, keine Gespräche mit euch in den Pausen. 15 months, no talk with you during the breaks. Über 15 Monate nun ohne euch. Über 15 Monate, kein Gespräch mit euch in den Pausen. Nach den Events, am Ring. Am Ring. Kein Applaus. No reaction, no upload. Keine Reaktionen. Keine Reaktionen. Keine Gänsehaut. Wir vermissen euch und wollen Danke sagen. Danke für die besten Fans. Danke an die besten Fans, die wir uns wünschen können. Wir vermissen euch. Wir vermissen euch. Wir wollen Danke sagen. Für euren Support. Für eure Likes. Und jeden aufbauenden Satz an die WXW. Die Menschen, die dahinter stehen. Die Menschen dahinter und uns. Die Wrestler. Danke WXW Fans. Danke WXW Fans. Danke für eure Support. Und jetzt wird die Show für euch passieren. Danke WXW. Danke WXW. Herzlich Willkommen zu WXW Fans Appreciation Night 2021. Levaniel und wir alle wollen Danke sagen. Er steht heute im Main Event von WXW Fans 2021 Night 1. Und die WXW Shotgun Championship steht auf dem Spiel. Der Prinz der Sterne gegen WXW Shotgun Champion Prinz Ahur. Außerdem haben Censor Volto und Egleblanc endlich ihre Chance auf Revanche. Censor Volto und Egleblanc gegen Vincent Heisenberg, Baby Allison und Maggot. Es heißt Hair vs. Mask. Everybody präsentiert WXW Fans 2021 Night 1. Herzlich Willkommen.